Ich wollte danken sagen, für das wunderbare Gefühl, wo du mir gibst, wenn du mich anstiegst und wenn du mich berührst. Das Gefühl ist unbeschreiblich, es macht mich gross und stark. Das Gefühl ist unvergleichlich, immer wieder, wieder schwach. Du gibst mir das Gefühl, ich seh den Superman, Spiderman, Batman und Robin Hood zusammen, die eine Person. Ich fühl mich wie ein Oscar-Träger, ein Olympiasieger, wie eine Welt-Sensation. Du gibst mir das Gefühl, ich seh den Tiger und den Roger, den Beckham und den Brad all zusammen gemixt, das seh ich. Ich fühl mich wie ein Sieger-Typ, der keinen Punkt vergeht, jedes Mal wenn ich BDB. Du musst dich nicht verstehen, es ist deine ganz normale Art, doch sie wirkt auf mich wie Magie. Statt für nichts bin ich für alles zu haben. Meine Freunde warnen mich, sagen, die Liebe macht blind. Doch für das Gefühl ist es unbegleich, hat mich irgendwann mit Haut und Haar verschleicht. Du gibst mir das Gefühl, ich seh den Superman, Spiderman, Batman und Robin Hood zusammen, die eine Person. Ich fühl mich wie ein Oscar-Träger, ein Olympiasieger, wie eine Welt-Sensation. Du gibst mir das Gefühl, ich seh den Tiger und den Roger, den Beckham und den Brad all zusammen gemixt, das seh ich. Ich fühl mich wie ein Sieger-Typ, der keinen Punkt vergeht, jedes Mal wenn ich BDB. Ich wünschte, es wäre so jeden Tag, doch für dich kommt das nicht in Frage. Hast du keine Zeit, vielleicht später und sowieso gibt es da noch jemanden. Er ist so wahnsinnig stark, aber ihm bist nur noch schwach. Er macht etwas, was noch niemand hat geschafft. Er gibt das Gefühl, du seh ich Supergirl, Spidergirl, Heidi und Madonna zusammen. Das sagst du, ja, no, es ist vorbei, doch es ist nicht schlimm, schon bald, hab ich mein nächstes Rendezvous. Oh, Superman. Oh, Superman. Oh, Superman. Oh, oh, oh. Du gibst mir das Gefühl, ich seh den Superman, Spiderman, Batman und Robin Hood zusammen, die eine Person. Ich fühl mich wie ein Oscar-Träger, ein Olympia-Sieger, wie eine Welt-Sensation. Du gibst mir das Gefühl, ich seh den Tiger und den Watcher, den Beckham und den Fredorz haben wir gemixt, das seh ich. Ich fühl mich wie ein Sieger-Typ, der keinen Punkt vergeht, jedes Mal wenn ich BDB. Ich fühl mich wie ein Sieger-Typ. Ich fühl mich wie ein Sieger-Typ. Und dann? Ich fühl mich wie ein Sieger-Typ. Untertitelung des ZDF, 2020